So, da wären wir. Der Schrottplatz. Warte, 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 warte. Wie war Kosen jetzt nicht gestorben? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Egal. Das ist das Gravitron, von dem ein Vater sprach. Oder war er gestorben? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kannst du es auch nulldimensionalen Energiefeldmanipulator nennen, wenn es sein muss. Ist eigentlich für Gefahr gut gedacht. Aber wir nehmen es hauptsächlich für schwere Lasten. Yay. Gib mir die Waffe. Versuch es mal. Ja, gib her. Ich brauch die. Danke. Der erste Zug löst eine Entladung aus. Die Dinge um und fort stößt. Ist gut zum Räumen von Wienenfeldern. Okay. Ja, ja. Geh, um die Waffe zu wechseln. Ist gut. Woohoo. Mit dem zweiten Abzug kannst du Sachen nehmen. Mit dem ersten Abzug wirfst du sie. Wenn du etwas genommen hast, kannst du es mit dem zweiten Abzug auch sanft absetzen. Nimm etwas auf und wirf es. Gravity Gun. So geil. Wir haben private Nachrichten, schreibt, äh, Slash W. Slash W. Nenn 16. Was soll ich runterholen? Die Fässer? Aber gerne doch. Okay. Und wieder hoch mit euch. Und wieder runter. Hm. Versuch was zu stapeln, damit du rauf kannst. Äh, okay. Ob ich denke, ob ein Tor 3 kommt. Ich weiß, dass ein Tor 3 kommt. Ich hab bloß gerade den Namen vergessen. Äh, Ragnarok. Genau. Tor Ragnarok. Kommt. Ich weiß nicht. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr, aber nächstes Jahr. Also Tor Ragnarok kommt. Okay. Ups. Yay. Beware of the dog. Vorsicht vor dem Hund. Ah, da ist die Kisse, die ich weggeschmissen hatte. Kann ich das drücken? Ja. Was? Das bleibt nicht offen. Okay. Folgen wir mal Alex. Lass mich Dog rufen. Appartieren hat's ihm angetan. Dog. Hopp. Ach, das ist Dog. Hahaha. Yay. Ja. Braver Hund. Guten, das ist Dog. Dad baute ihn damals, damit er auf mich aufpasst. Das erste Modell war nur so hoch. Seit hier habe ich ihn da und verbessert. Nicht wahr? Okay, Dog. Wir spielen Fangen mit Goden. Goden. Nimm das Capitron dafür. Also los, Dog. Werf. Was soll ich werfen? Alex, ich kann dich nicht werfen. Also ich kann Alex nicht werfen. Was soll ich werfen? Guter Fang. Oh. Noch ein Wurf Dog. Noch ein Wurf Dog. Genial. Also der wäre dringend gewesen, wirklich. Ja, Harkner Hock soll ein Buddy-Film mit Hulk werden. Das stimmt. Dog, hol deinen Ball. Sonst auch und ohne die Anführungsstriche wäre es gewesen. Boop, boop, boop. Boop, boop, boop. Hey. Ehe, he, he. Und? Oh, das ist der Ball. Komm, den mache ich jetzt aber rein. Wow, der fliegt schnell. Okay. Nevermind. Fang. Hi, hi, hi. So. Ah. Ja. Was soll ich damit machen? Ein Tor schießen, oder? Ja, genau so geht's los, Aron. Genauso schickst du mir die Nachricht. Yay. So, den mache ich jetzt rein. Oh, so knapp. Na, komm. Yay. Ah. Was machst du? Äh, Dog? Woop, woop. He, he. Was ist, Dog? Oh, verdammt, was war das? Scanner. Oh, die kommen bei uns. Scanner diesen Bereich. Wir müssen zurück zum Abort. Komm schon, Boden. Okay. Na, komm, Alex. Natürlich kann Alex nichts. What? Sonst wird's, äh, gruselig. Dad, hier, Alex, hörst du mich? Alex, Liebchen. Was ist da drinnen los? Wo bist du, Alex? Wir stecken in der Schrottplatzschleuse, voller Autozyklus. Ist Gordon noch bei dir? Er ist hier. Gut, ihr zwei solltet jetzt. Hoppala. Bring Gordon hier raus. Geht an die Küste. Geht nicht durch, Raff. Dad? Dad? Verdammt. Dog, mach die Schleuse auf. Hol uns hier raus. Schneller, jetzt. Nimm sie auseinander, wenn nötig. Nur mach sie auf. Das reicht jetzt, Doc. Komm schon, Gordon. Ich heiße nicht Gordon. Ich heiße Gordon. 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 Sprich mir nach, Alex. Gordon. Verdammt. Gordon, du musst hier raus unbedingt. Ich bleibe bei Vater. Doc, bring Gordon zum Ravenholm-Tunnel. Dann komm wieder her und such mich. Schneller. Schneller. Okay. Ich folge dir, Doc. Ah, da, wo wir niemals hingehen sollten. Okay. Ich muss das machen. So. Okay, ich schmeiß mal ein bisschen um. Okay. Ah. Ah. Hektisch. Scheiß, scheiße. Ah. Der hat lange Nägel. Ah, Köpfe. Da kann ich nicht... Oh. Sesam öffne dich. Huh. Ähm, ja. Bisschen Licht. Bisschen Laden. Wie kann ein dunkler Herrscher Hellseher sein? Sehr gut, Losarbon. Sehr gut. Äh, ich speich mal wieder zwischen. Das sollte man machen. Schöne Musik. Oh, jetzt kommt der Typ, der rückwärts redet, ne? Das weiß ich sogar. Der redet rückwärts. Hilf mir oder so. Er kommt jetzt da raus. Nein? Kommst nicht da raus? Doch, da ist er noch. Der redet irgendwas rückwärts. Hilfe oder so. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber vorhin jemand geschrieben hat, dass, äh, bei den Infinity... war das Ende von den Filmen, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die werden nicht einfach aufhören, nur weil... Es geht halt dann weiter vielleicht mit neuen Iron Man, neuen Captain America in den Comics halt. Hey, du. Tschüss, du. Puh, knapp. So. Mario Maker Glumanda. Das brennt nur, oder? Ne, es explodiert auch. Guck mal, wir haben Josh gefunden. Ist das nicht toll? Wir haben Josh gefunden. Hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn hier finden. Ach, so sieht die Hütte also aus, wenn nicht grad Winter ist. Interessant. Interessant. Nice. Nice. Und er bewegt sich. Entschuldigung, ich hab damit viel zu viel Spaß. Nein? Aber dich kann ich auch nehmen, nein. Wovon... Ich hab eine Granate geschmissen, deswegen war ich davor gestorben. Okay, wie komm ich da durch? Ah, ich... Ah, nett. Ah, nett. Sehr nett. Wir können noch mehr Josh machen. Na, komm. Zwei auf einmal? Jawoll. Next Level. Ist da jemand? Sicher, sicher. Krach. 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 ... ... ... ... ... Ich lass den Typen mal reinlaufen. Das wird sicher... Das wird sicher... ... 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 Oh, nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Ich wär beinahe aufgestanden. Jetzt ein Cut, das Automatische ist verhindert. Whoa, ho, ho. Ach komm Ich will das jetzt aber nicht anmachen Ja so kann man Bretter auch effektiv kaputt machen Ähm Hi Oh hi Na kommt her Keine falsche Scheu Okay vielleicht sollte ich wieder Wenigstens da hin wechseln Na komm trau dich Und Oh das sind zwei Hihihi Prince of Persia kenn ich ja Ich hab das neuere auch Hm Hm Hehehehe Ähm Wenn man sich nicht entscheid Au Hey Okay Das kannst du selber Nehmen Okay ich kann die Sachen nicht auf die schießen Okay Okay Meine Güter dann schieße ich euch halt ab Wenn ihr unbedingt abgeschossen werden wollt Oder Aber auch nicht Hahahaha Ach das macht Spaß Oh Ob ich Prince of Persia mal let's playen will Äh ne ich hab da mal fünf Parts aufgenommen Die sind sogar auf meinem Kanal Oh Wahnsinn Aber Ne Unwahrscheinlich dass ich das weitermache Vielleicht Und wahrscheinlich auch vielleicht Äh Ich bin Klug Ich bin klug Wenn ich mir das häufig genug einrede dann wird's vielleicht wahr Hehehehe Krah krah Okay Ist klar Ist klar Ist klar Okay das ist Gott sei Dank verpasst Hahahaha What the hell Hahahaha Okay der hilft mir Oh freundlich Schießt der auf mich? Aber wer ist dies ist noch ein Leben zurück Hahahaha Call of Duty Zombie Modus Woher hat's die Ideen? Äh Zombie Modus mag ich überhaupt nicht in Call of Duty Bäh Uh Guck mal jetzt bist du wieder tot Was bringt das? Ohhhh Okay Okay Da hätte man sehr viel Spaß haben können Tun Machen Kann ich Diesen Tisch Auf diesen Tisch stellen Wenn ich beim anderen nicht so Hängen bleiben würde Geil Guck mal ich kann nach oben Wait Ich hänge Okay Muss ich da hoch? Weiß es grad nicht Ich hab keine Ahnung Ahhhh So kann man das vorher ausmachen Ich hab irgendwie das Gefühl dass dann da Zombies kommen Formel 1 mal wieder aufnehmen Haaaa Vielleicht Wenn ich Lust dazu finde Uh leben Hup Hey Freund Nett Nett was er da gemacht hat Muss ich schon sagen Okay ich dreh's ja aus Meine Güte Oh hi Na komm Kommt ruhig Kommt doch Hier Kinderlein Kommt So kommt Doch all Vier waren's Vier Ich zähle zwei Hey Hey Ah Mein Plan ist nicht aufgegangen Hehe The Walking Dead Da 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 So Okay So Bye 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 Haha Interessant Interessant Ui Ahm Ahm Ihr seid nicht allein Ich hab irgendwie das Gefühl ich kann da nicht hoch klettern Aber ich glaub ich weiß wer der Leiter ist Deswegen Nein Ok es geht Es geht einfach nicht Ahhhh Ha Nein 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 Ok Ok Vielleicht muss ich doch Hoch In dem Haus Was ich jetzt ganz schön dumm fände Ne Da komm ich überhaupt gar nicht weiter Das ist ja vollkommener Schwan Halalalalalalalal Ich frag mich echt was ich Hm Aber das frag ich mich auch häufig was ich machen muss Ah Lüge ich bin nicht so nah rangegangen Hm 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 Vielleicht brauch ich irgendetwas was ich davor unter Feuer gesetzt hatte Wie zum Beispiel noch mehr Leichen Die ich nicht mit mir rumtragen kann Ich kann hier nichts tragen Äh Ich kann hier nichts tragen Äh Da kann ich hoch Aber irgendwie auch nicht Könnte ich vielleicht hoch Ne Ne Hahaha So wer geht Ciao Manticore Manticore Servus Guten Abend Säge Oh verdammt Hahaha Kacke Na komm Na komm Ich dekoriere hier oben So Aber ich schau trotzdem mal was hier oben ist Ah Wirklich gar nichts Bis auf das Lambda Zeichen aber Naja Nicht so wichtig So hier ist doch sicher irgendwann noch ein Zombie Ja Wait what Oh Da ist noch einer Da ist noch eine Headcrap Lass mich in Ich steh auf dir drauf Was willst du tun Richtig sterben Hahaha Wups Worum es in dem Spiel geht Ähm Ich muss hin und her laufen Hehehehe Also momentan muss ich noch hin und her laufen Bis jetzt gibt es noch keine größere Ähm Sinn Wir sind eine Rebellion und wir rebellieren gegen etwas Wow Wow Das war ein Schwarzer Necromore wollte ich schon sagen Ne 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 Schwarzer Headcrap Noch ein schwarzer Headcrap Was Munition verbraucht ist schlecht Ohhhh Okay Okay der Strom ist aus Ob dahinter was ist Yes Yes Blutig sieht sie aus Oh ok Okay Dann komm halt mit sägeblatt Oh Noch eine schwarze Headcrap Habe ich toll geniegt oder Habe ich toll geniegt oder Hi Hi Donk So wir haben den Strom ausgeschaltet Ist doch mal was Ich hab da was gehört Ich bin noch nicht taub So wir klettern mal hier drüber Und F6 So dass das Spiel zusammenbricht Wuh Uh Uuh Du 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 Ha 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 Gut gemacht Bruder Nutze meine Falt Aber pass auf dass du nicht selbst in eine gerätst He he Ach hinter dir Ah Oh In Ravenholm musst du auf der Route sein servus planix live in raven muss ich auf der hut sein so geschafft oder unten sind ein paar krebs freut mich doch einmal bücken und rein da alter wirklich hier kommt nicht so hoch ist das schon tot nein aber jetzt hier ja noch mal ein bisschen auf hier finden wir hier was tolles außer hängen bleiben in den zweiten gang was bringt das nein wir haben jetzt habe ich mittlerweile nicht gesehen irgendwann wird der lukas auch wieder dabei sein aber halt nicht heute welches mein lieblings anime charakter ist so ein goku hey da brennt die wand blutet um leider ist servus ich nicht mitbekommen dass du satscht gekommen ist schlecht Prozent okay ich kann hier nichts machen wo muss ich denn lang wo ist der weg ist da der weg ich frage ich mich das so häufig hier was ist der weg wo ist der weg das koste 3 werde ich nicht let's play ich bin nicht der just cause fan ich habe just cause 2 demo sehr viel gespielt aber dann nicht mehr muss ich wieder hoch kann ich wieder hoch ich fast hey es nicht die animes von der liste habe ich noch nicht gesehen nein habe ich noch nicht so einmal kurz speichern